Abkürzung der Schleife bei der Einmündung in die B126 Absperrung bei einem Haus Drei Abkürzung Drei 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 Vielen Dank. Nach einem kurzen Stück auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Nach einem kurzen Stück auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Nach einem kurzen Stück auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Anstieg durch den Rudersbacher Wald. Nach einem kurzen Stück auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Ab Rudersbach zuerst ein Schotterweg. Nach einem kurzen Stück auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Und dann ein Wiesenweg. Auf der Abfahrt Richtung Sonnberg. Erstens vor dem Bankerl nicht die Linksabzweigen. Wir sehen uns auf der B126 zweigen wir Richtung Rudersbach. Und dann eine R26 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Und dann ein Wiesenweg. Wir sehen uns auf der B127-B126 zweigen wir Richtung Rudersbach ab. Und dann ein Wiesenweg. Zweitens schräg links vor der Wiese fahren. Zweitens schräg links. 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 Das war's für heute. Nach einem kurzen Straßenstück weiter durch den Dreieckwald. Das war's für heute. Fahrt durch einen Zuflussbach zur Rodel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nach einem kleinen Wald Abzweigung zu den Wiesen vor Schenkenfelden. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.